Bei Factory Experts dreht sich alles um Neubau, Umbau und Erweiterung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Für unsere Kunden stellen wir maßgeschneiderte Lösungen für den Bereich Betriebsplanung und Logistikplanung her. Und selbst gibt es jetzt seit 2013 in Recklinghausen. In der Regel ist es so, dass unsere Kunden auf uns zukommen, weil sie eine Problemstellung haben, weil sie etwas gelöst haben wollen und das kann zum Beispiel sein, dass deren Kapazitäten oder deren Leistungen in verschiedenen Bereichen nicht mehr ausreichen oder sie sich einfach nur erweitern wollen oder gegebenenfalls auch bestehende Systeme optimieren wollen. Also wir haben flache Hierarchien hier im Unternehmen, haben ein junges dynamisches Team, welches auch gerne zusammenarbeitet. Wir haben auch mal Spaß bei der Arbeit zusammen und wir brennen halt auch für unsere Projekte. Das muss man ganz klar sagen. Wir gehen sehr stark auf unsere Kunden ein und versuchen immer das Beste rauszuholen. Bei uns sind sowohl Zeichner als auch Ingenieure angestellt. Man braucht in der Regel ein technisches Studium und eine technische Ausbildung. Grundsätzlich bin ich natürlich für das Studium hier nach Recklinghausen gezogen, damals direkt nach dem Abitur. Und danach habe ich mich einfach entschieden hier zu bleiben, einfach weil ich die Stadt lieben gelernt habe. Natürlich haben wir hier jetzt auch ein Büro, das dementsprechend sehr schön ist und man sich einfach wohlfühlt hier in der Umgebung. Also Recklinghausen ist erstmal eine wunderschöne Stadt, kann man schon mal sagen. Dann ist es hier sehr ruhig gelegen. Das war bei unserem alten Standort nicht so. Das ist ja mitten in der Natur sozusagen hier. Weiterhin ist es natürlich ideal hier mit der Verkehrsanbindung. Also wir sind direkt an der A2 und einer A43 gelegen. Die Hochschule ist direkt in Recklinghausen. Das heißt, wir können auch dadurch unseren Nachwuchs generieren. Ja, und die Architektur des Lockschuppens spricht meines Erachtens nach für sich. In der Zukunft möchten wir gerne weitere Mitarbeiter gewinnen, möchten unsere Wachstumsstrategie hier in Recklinghausen weiter verfolgen und gemeinsam mit unseren Kunden wachsen.